Ja Leute, was geht ab? Damit willkommen zur nächsten Formel 1 2022 Autopräsentation und der McLaren wurde eben verkündet. Hier nochmal kurz, wie das eben gezeigt wurde live aus dem Stream, gerade eben vor ein paar Minuten. Aber ich muss schon mal sagen, mir gefällt die Lackierung auf den ersten Blick irgendwie gar nicht so gut, wie ich es mir erhofft hätte. Im Vergleich zu dem, was McLaren sonst immer abliefert, es wurden eben auch die Indycar Boliden gezeigt. Und zwar sind das die beiden hier, die gefallen mir sogar ehrlich gesagt besser. Der McLaren ist quasi so eine Mischung von der Lackierung aus den beiden Indycar Fahrzeugen. Lasst auf jeden Fall gerne auch wie immer ein Like da auf das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr eben neue Seiten, keine weiteren Videos verpassen wollt. Die letzten kamen sehr, sehr gut an zu den bisherigen drei Autos, zum Red Bull, zum Haas und eben gestern zum Aston Martin, dem dritten Fahrzeug. Das war sehr, sehr cool und das werde ich heute auch wieder so ähnlich machen. Ich werde den McLaren auch eben wie gestern beim Aston Martin vergleichen mit dem Konzeptfahrzeug. Was ich aber ganz cool fand und zwar hier, ich weiß nicht, ob das wirklich dann so aussehen wird bei den Nachtrennen, ob das Auto wirklich so leuchtet. Keine Ahnung, aber wäre schon krass, wenn das wirklich so aussehen würde. Was mir ganz gut gefällt auf dem Bild jetzt und zwar haben die hier mit klaren Logos auf den Felgendeckeln hier eben das ganze Leuchten. Hier leuchtet es blau, hier leuchtet alles orange. Aber keine Ahnung, ob das wirklich jetzt so auch bei den Nachtrennen aussehen wird oder wirklich nur für die Show gemacht wurde. Aber an sich sieht das ja nicht schlecht aus. Aber was ich eben sagen muss, mir gefällt die Lackierung irgendwie. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich dachte echt, das wäre richtig nice. Man hat eben so ein bisschen die Mischung gemacht von letzter Saison mit der Gulf Lackierung und eben mit der restlichen Lackierung, die sie hatten. Aber irgendwie irgendwas stört mich daran. Ich weiß nicht genau was, aber irgendwie stört mich, dass halt diese Farben orange, hellblau und schwarze auf einem Auto sind. Und zwar bei dem Indica hier zum Beispiel ist es eben zum Großteil schwarz und orange. Und hätte man das auch so gemacht, wäre es richtig geil. Oder hätte man eben den anderen Weg gewählt, hellblau und orange, wie bei dieser Gulf Lackierung, wäre es auch richtig geil. Aber das in Kombination, keine Ahnung Leute, finde ich irgendwie gar nicht so nice. Hat meine Erwartungen auf keinen Fall erfüllt. Aber was ich cool finde, die neuen Anzüge, jetzt eben schwarz-orange, sehen nicht schlecht aus. Aber der Wagen an sich ist jetzt von der Livery her, sage ich jetzt mal eine 6 von 10, würde ich dem Auto vergeben. Bisher die anderen Fahrzeuge, es kommt auf jeden Fall sowieso noch in einem separaten Video, wo ich das Ganze eben bewerte. Der ist Martin auf jeden Fall der coolste von der Lackierung her bisher, meiner Meinung nach. So, jetzt kommen wir zum spannenderen Part vom Video. Und zwar gibt es wieder den Vergleich zwischen dem Konzeptauto und eben dem McLaren, dem richtigen Auto. Und es soll sich dabei übrigens auch, wie beim Aston Martin, das richtige Auto handeln. Aber es wurde natürlich noch nicht alles gezeigt, nicht jedes Geheimnis. Gestern beim Aston Martin war das ja auch schon zu erkennen, dass sie so ein paar Sachen noch so ein bisschen versucht haben zu verstecken. Wie zum Beispiel eben mit diesen quadratischen Lüftungseinlässen. Was, glaube ich, in der Realität doch ein bisschen anders aussehen könnte. Weil die hatten ja noch rechts und links jeweils diese kleinen Abdeckungen. Also das wird schon noch ein bisschen anders aussehen, denke ich mal. Aber wir können trotzdem schon mal drauf schauen, wie das eben aussieht. Man kann schon mal sehen, dass es eben hier auch wieder aus vier Frontflügelelementen der McLaren besteht. Wie eben bei diesem Konzeptfahrzeug. Aber was mir jetzt auch schon spontan auffällt und zwar beim Frontflügel geht das ja hier bei dem Konzeptauto so nach innen. Und hier beim McLaren geht das eben nicht nach innen, sondern relativ gerade nach oben. Macht hier eben so einen leichten Knick sogar nach außen statt nach innen. Und ansonsten, was mir auch auffällt, die Nase ist eigentlich wie bei fast jedem Auto bisher deutlich schmaler nach vorne hin. Und zwar bei dem Konzeptfahrzeug wird das ja hier sogar noch ein bisschen dicker ab diesem Punkt ungefähr. Und bei dem McLaren wird es eben schmaler, schmaler, schmaler bis ganz nach vorne. Ansonsten hat man sich hier relativ stark am Konzeptfahrzeug orientiert mit diesen kleinen Einlässen beim Frontflügel. Aber da schauen wir auf jeden Fall bei den nächsten Bildern noch genauer drauf. Weil ich denke, da gibt es schon noch bessere Bilder. Okay, jetzt kommt direkt die Seitenansicht. Dann schauen wir mal in die Seitenansicht, was eben als nächstes kommt. Und da sehen wir auch schon, dass wie gesagt der Frontflügel relativ ähnlich aussieht wie der vom Konzeptwagen. Also ich denke mal, dass es noch nicht ganz die finale Version sein könnte. Weil es sieht schon sehr ähnlich aus wie das hier, dieser Bereich vom Konzeptfahrzeug. Ansonsten, ich weiß nicht wieder, ob das an der Perspektive liegt. Aber irgendwie kommt mir das so vor, als wäre der Frontflügel schon relativ weit über dem Boden. Beim richtigen McLaren sieht der Frontflügel dagegen aber echt gerade aus. Nicht so wie beim Konzeptfahrzeug, was eben hier so den Anschein macht, als würde das eben noch so ein bisschen sich nach unten neigen. Ansonsten, das Design der Felgendeckel gefällt mir ganz gut bei McLaren. Auf jeden Fall hier mit den McLaren-Logos und eben diesen hellblauen Akzenten jeweils rechts und links. Was ich jetzt auch noch so sehe, und zwar die Form der Bart-Sports ist doch ein bisschen anders. Und zwar sind die doch um einiges kleiner als für ein Konzeptfahrzeug. Weil hier, wenn ich jetzt hier mit der Maus nachfahre, gehen die hier bis ungefähr dort, wo der Fahrer sitzt. Also bis zur Mitte seines Kopfes quasi, seines Helmes. Und hier gehen die Bart-Sports eben nur bis da. Also ungefähr dort, wo gerade mal seine Hände sind. Also das Lenkrad anfängt, beziehungsweise aufhört. Und zwar bis hier ungefähr, wo meine Maus jetzt gerade drüber ist. Und da beim Konzeptauto gehen die doch deutlich weiter, die Bart-Sports. Ansonsten, diese kleine High-Flosse ist schon relativ ähnlich geformt. Bloß bei McLaren nicht ganz so hoch wie beim Konzeptauto. Weil hier sieht das doch ein bisschen höher aus, als eben bei McLaren auf der linken Seite. Und was mir aber hier beim Heckflügel echt total auffällt. Und zwar sieht der echt deutlich anders aus. Weil hier, der wirkt schon ein bisschen länger hier von den Proportionen her, als hier auf diesem Auto beim Konzeptfahrzeug. Und was auch krass ist, und zwar dort, wo das DRS quasi sich öffnet. Das geht um einiges höher, als eben hier beim Konzeptfahrzeug. Ist gar kein so großer Unterschied nach oben zum DRS. Aber hier ist das echt ein sehr, sehr großer Unterschied. Und eben dieses kleine Teil, ich weiß nicht genau, was das ist. Das ist eben beim Konzeptauto gar nicht vorhanden. Über diesen Streben befindet sich eben bei McLaren hier noch dieses kleine Teil. Kann auf jeden Fall gerne jemand reinschreiben in die Kommentare, wer es eben genauer weiß. McLaren jetzt eben auch mit Velo als Hauptsponsor, beziehungsweise hier eben ganz großflächig auf den Seitenkästen. Finde ich, um ehrlich zu sein, nicht ganz so schön. Als eben zum Beispiel Gulf, was ich sehr, sehr cool gefunden hätte, ist eben leider nur ganz klein hier auf der Seite. Und was der McLaren im Gegensatz zum Aston Martin eben nicht hat, oder auch eben nur noch nicht für uns verrät, ist eben, dass gar keine Lufteinläste vorhanden sind. Die waren ja gestern beim Aston Martin sehr, sehr groß. Und hier sind die eben beim Konzeptfahrzeug auch vorhanden. Aber bei McLaren zum Beispiel noch gar nicht. Und dann würde ich sagen, geht es weiter mit dem nächsten Bild. Okay, das ist das hier. Das müsste ungefähr die Perspektive hier sein, bloß eben Spiegel verkehrt. Was ich jetzt hier auch besser erkennen kann, und zwar ist der Frontflügel auch relativ stark hier vorne geschwungen. Und zwar eben hier beim Konzeptfahrzeug eben auch relativ ähnlich noch gehalten worden. Was mir auch auffällt, und zwar die Form der Lufteinlässe ist hier doch bei McLaren eher oval gehalten. Beim Konzeptfahrzeug werden die ja hier gegen Ende so ein bisschen schmaler. Und da kann man eben auch nochmal schön erkennen, dass der Frontflügel eben wirklich so ein bisschen nach außen geht. Okay, hier nochmal der Vergleich von oben, der Blick. Im Vergleich zum Konzeptauto, wo die Bardsports extrem weit nach außen gehen, oder wie man die Teile auch nennt, schreibt das auf jeden Fall gerne rein. Korrigiert mich Leute, falls ich etwas falsch sagen sollte. Die gehen eben hier beim Konzeptauto sehr weit nach draußen und sind eben noch drei kleinere jeweils auf jeder Seite. Und hier ist eben nur ein großes Element, was eben auch nicht so weit nach außen geht, wie eben beim Konzeptauto. Ansonsten, diese kleinen Elemente sind überhaupt nicht vorhanden. Diese Elemente hier im Frontflügel hatte auch bisher jedes Fahrzeug, was man eben bisher sehen konnte. Echt sehr viele Detailaufnahmen bei McLaren. Was mir jetzt aber hier auffällt, und zwar besteht der Heckflügel nur aus einer einzigen Strebe. Beim Konzeptauto sind es hier eben zwei Streben. Und bei den bisherigen Fahrzeugen waren das glaube ich auch immer zwei. Irgendwie konnte ich nirgendwo Bilder finden vom Heck des McLarens, keine Ahnung. Also wahrscheinlich hat McLaren da bewusst drauf verzichtet. Und zwar wurde ja eben von Lego so ein McLaren-Modell angekündigt. Da hat eben jeder schon gedacht, das wird eben die Lackierung für die kommende Saison. Aber irgendwie haben die es ja doch ganz anders gemacht. Ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr so viel zu bereden. Leider, wie gesagt, das Heck nicht zu erkennen auf keinen einzigen Bild. Hier nochmal die Lackierung aus dem letzten Jahr im Vergleich. Und ja Leute, damit würde ich sagen, war es das. Lasst den Ganzen gerne einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert eben die Glocke, wenn ihr neu seid. Und keine weiteren Videos verpassen wollt, war auf jeden Fall interessant meiner Meinung nach. Auch wieder der McLaren jetzt eben hier, der neue, leider eben nicht ganz so meine Erwartungen erfüllt von der Lackierung her. Ansonsten bin ich mal gespannt, wie der Wagen dann tatsächlich aussehen wird. Insgesamt soll es aber eben auch schon wirklich das richtige Auto sein. Mal schauen, wie viel sich da noch ändern könnte. Das sehen wir dann in ein paar Wochen, wenn eben die ersten Testfahrten anstehen. Also Leute, damit war es das. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao. Ciao.